Guten Morgen! Guten Morgen! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Emilia! Happy Birthday to you! Alles Gute zum Geburtstag! Gute zum Geburtstag! Huh? Wow! Mein Tag! Uuuuh! Boah! Happy Birthday! Mein, ich weiß nicht, ob ich da... Oh, wie ist der Gott gefilmt? Habe ich schon gesehen! Ich weiß nicht, ob ich da... Ich glaube, da hat sie mich gerissen! Alles Gute, Sassi! Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Gell? Ist es dir überrascht und gelungen? Ja! Musst du die Kälze nachher noch ausblasen? Ja! Nicht so wie gestern! Ich muss das nicht mehr lasten! Ja! Jawoll! Bravo! So! So! Und jetzt? Oh! Boah! Ich habe keine Ahnung! Ich bin zu weisen! Das ist ja... Hey, bei der soll das Gold fahren, gell? Ich bin zu weisen! Ich bin zu weisen! Ich bin zu weisen! Ich bin zu weisen! Wow! Er hat gesagt... Ich gehe leih um mich! Ich gehe leih um mich! Du tust auch selber! Weil ich ja... Du musst dir die Ahnung schenken vielleicht, wenn die Mama kommen kann! Mhm! Und sie für die Mami! Hä? Äh... Nimmst du das da? Mhm! Ja! Ja! Das ist schon mal auf der Feld! Jetzt gehen wir mal nach! So! So! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Wo ist denn der Zettel hin? Wo ist denn der Zettel? Wer? Da ist der Zettel von dir, schau! Der Zettel! Den musst du nachher auf den Luftballon hängen! Ja! Den müssen wir nachher... Den müssen wir nachher tausend hin! Nieder! Du schau! Da ist ja... Da ist ja Dressen drauf! Da ist ja Rami drauf! Den lassen wir mit der Luftballon wegfliegen! Hä? Machst du das? Hä? Wie ist das? Na, die sind es hin! Da ist ja, wie ist das denn? Da ist ja ein Fremanzier! Ha, das ist ja, wie ist das. Na! Ah... Da ist das ein Fremanzier. Was ist denn das? Wasserschüssel. Wasserschüssel. Was ist das für die Puppe und Frauen? Was ist das für die Autos? Ja, oder? Was ist das für die Autos? Man spielt ja beim Regen halt weiter. Ja, ja, sicher. Er waschelt die Fahne. Was ist denn da? Das ist cool drin. A Glocke? Ja. Ah, das komm schon aufs Rad. Ja. Mh. Mh. Glocke, cool. Na her. Okay, kannst du einkaufen, ne? Mh. Mh. Oh, löst sich. Und auch. Und Bickele. Ja. Den kannst du überall verbicken. Ja. Na, das ist halt. Und hier ist er auch. Guck, oder? Guck, ey. Ah ja. Ja, die geht. Gut. Und da hinten ist der Künder-Sitz. Boah. So, lass uns einen Luperl anschießen. Super, so. Mach' mal, Marimila. So, welche ist das? Schau. Schau' mal. Schau' mal. Ja. Amila. Amila. Gucken. Das musst du gucken. Da ist dein Hausnummer dabei. Sein Name. Sein Name. Sein Name. Den lass' jetzt auch wie mit euch zu. Tschüss. Was war das? Ja, kommt schon. Jetzt ist er weg. Und sie steckt flieb. Hey, flieg jetzt! Wenn siehst du nicht, musst du mit der Kamera aussehen. Super!